Party vor dem Parlament. Für Frankreichs Schwule und Lesben ist das Ergebnis sein Grund zu feiern. Das neue Gesetz macht Irland zu einem der wenigen weltweit, in dem Homosexuelle heiraten und Kinder adoptieren dürfen. Wir nehmen ja niemandem etwas weg. Ich sehe keinen Grund, warum jemand anderes mir sagen sollte, wie und mit wem ich mein Leben leben sollte. Nein, deshalb bin ich glücklich, wirklich glücklich. Eine Einstellung, die nicht alle Franzosen teilen. Bis zuletzt gab es immer wieder auch Proteste gegen die Gleichstellung homosexueller Paare. Die französische Gesellschaft, gespalten, genau wie das Parlament. Mehr als 130 Stunden lang hatten die Abgeordneten in den vergangenen Wochen über das Gesetz debattiert. Und noch immer ist die Stimmung hier so aufgeheizt, dass es eine Zeit dauert, bis das Ergebnis verkündet werden kann. Ein deutliches Ergebnis, das von den Befürwortern mit Jubel aufgenommen wird. Für die Gegner des Gesetzes ist es ein Rückschlag. Wir sind von dem Ergebnis natürlich enttäuscht, aber wir haben es nicht anders erwartet. Wir geben nicht auf, wir verteidigen weiter die Familien und gehen jetzt vor das Verfassungsgericht. Für die kommenden Wochen haben die Gegner weitere Demonstrationen angekündigt. Noch geben sie sich nicht geschlagen.